Jedem großen Fortschritt geht meist ein radikales Umdenken voraus. Nur so können Ziele erreicht werden, die vorher undenkbar waren. Mit den neuen Highspeed-Turbo-Kompressoren beweist Boge einmal mehr seinen unermüdlichen Pioniergeist. Tatsächlich erzielt diese innovative Baureihe so einschneidende Verbesserungen, dass man von einer neuen Ära der ölfreien Druckluft sprechen kann. Es beginnt damit, dass die Anzahl der Bauteile gegenüber herkömmlichen ölfreien Kompressoren drastisch reduziert wurde. Das macht die Maschinen wesentlich kleiner und leichter. Auch in puncto Langlebigkeit setzt die Boge HST-Technologie Zeichen. Denn was nicht verbaut wird, kann auch nicht verschleißen. So gibt es nur ein bewegliches Teil pro Antriebsmotor. Deutlich weniger Lager und weder Ölsystem noch Getriebe. Der Antrieb erfolgt durch einen Permanentmagnetmotor, der kein Getriebe benötigt und sich durch eine sehr hohe Energiedichte auszeichnet. Schon der Verzicht auf ein Getriebe kommt einem Quantensprung gleich, doch bei Boge ging man noch einen entscheidenden Schritt weiter. Im Unterschied zum Wettbewerb ist es bei der HST-Baureihe erstmalig gelungen, die Motorwelle des Permanentmagnetmotors ausschließlich mit Luft zu lagern. Diese innovative Lagerung ermöglicht einen nahezu verschleißfreien Betrieb und garantiert absolute Ölfreiheit. Nicht nur für das Endprodukt, sondern für das gesamte System. Der Permanentmagnetmotor treibt einen Impeller an, der gemeinsam mit dem Diffusor und dem Spiralgehäuse die Druckluft erzeugt. Boge HST-Kompressoren nutzen die Ansaugluft zur Motorkühlung. Mithilfe des Unterdrucks der ersten Verdichterstufe wird die Luft über die Motoren axial angesaugt und zum Impeller geleitet. Ein Lüftermotor, den herkömmliche Kompressoren benötigen, wird dadurch überflüssig. Das intelligente Kühlsystem garantiert einen höchst effizienten Verdichtungsprozess. So wird die zu verdichtende Luft vor jeder Verdichtung und vor dem Austritt aus dem Kompressor jeweils optimal gekühlt. Für eine ideale Spezifik kann je nach Umgebungsbedingungen ein zusätzlicher Luftstrom eingesteuert werden. Dank integrierten Frequenzumrichtern kann der Volumenstrom ganz einfach an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Mit den optionalen Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung, etwa für Prozesswasser, Kälteanlagen oder Heizsysteme, lässt sich die Energieeffizienz nachhaltig erhöhen. Mit den neuen Highspeed-Turbokompressoren hat BOGE bewiesen, dass beim Thema Effizienzmaximierung noch Luft nach oben ist. Ob als Grundlast- oder Spitzenlastmaschinen, die neuen Highspeed-Turbokompressoren bieten die einzig richtige Antwort auf den erhöhten Kostendruck. Dank hocheffizienter Verdichtung und minimalem Energieverbrauch erfüllen Sie auch ambitionierte Einsparziele mit Leichtigkeit.